Die Frage, wie die Mobilität in der Stadt der Zukunft aussehen sollte, ist auf jeden Fall vielschichtig. Man versucht, ein integriertes, durchgängiges Mobilitätssystem zu schaffen. Mir persönlich ist es wichtig, dass die Stadt der Zukunft nachhaltig ist, dass sie leistbar ist und sie muss natürlich auch lebenswert sein. Es soll dort saubere Energie zur Verfügung gestellt werden, die energieeffizient produziert wird. Die Stadt der kurzen Wege bedeutet für mich, dass ich die meisten Wege, die ich zurücklege, zu Fuß zurücklegen kann oder mit dem Fahrrad vielleicht. Und dann in nächster Folge natürlich mit dem öffentlichen Personennahverkehr. Und auf mein Auto möchte ich überhaupt verzichten können. In der Stadt der Zukunft, da möchte ich, dass sich meine Familie wohlfühlt und dass ich mit gutem Gewissen das Licht aufdrehen kann. Wie stellen wir es am besten an, dass auch unsere historischen Gebäude energieeffizient sind? Die Stadt der Zukunft braucht Energie, die Stadt der Zukunft braucht Mobilität, aber sie braucht vor allem auch Lebensqualität. Die Stadt der Zukunft muss geplant sein, aber sie braucht Freiraum, um sich zu entwickeln. Die Stadt der Zukunft muss energieaktiv und energieeffizient werden. Und das Zweite, wir müssen auch erreichen, dass die Energie dort verbraucht wird, wo sie entsteht, weil wir dann Infrastrukturen sparen. Und dies stellt natürlich große interdisziplinäre Herausforderungen dar. Wir müssen Gebäude, Mobilität, Energie, Infrastrukturen miteinander verbinden und daraus die Stadt der Zukunft entwerfen und umsetzen. Und deshalb gibt es URBEN. Zehn Doktorandinnen und Doktoranden entwickeln bis 2016 zehn strategische Themen, die die Stadt der Zukunft bewegen. So vernetzt, wie auch später diese Themenfelder zusammenarbeiten müssen. Aus zehn verschiedenen Perspektiven eine gemeinsame schaffen. Integriertes Forschen, gemeinsam mit Expertinnen und Experten der Technischen Universität Wien und der Wiener Stadtwerke. Integriert, vernetzt, URBEN.